Immer noch auf Corellia schauen wir uns Datacod mit Codex Antrag Nummer 79 an. Und dazu bin ich hier unten in den Gründungsinseln am Hauptweg und fahre hier an den Abgrund zu etwa minus 2298 und 2886. Hier in den Gründungsinseln. Und hier unten kommt ein kleiner Lastroide und der fährt da rüber zu dem Datacod, den wir da leuchten sehen. Ja und auf den müssen wir jetzt warten und dann versuchen auf ihn drauf zu springen, mit ihm da rüber zu fahren und dort rechtzeitig von ihm abzuspringen, um direkt beim Datacod zu landen. Klingt schwierig, ist es eigentlich nicht. Es ist nur nervig und wenn du runterfällst, bist du halt tot und musst wieder herfahren. Und die Kunst liegt eigentlich da drin, stell dich möglichst nah an den Abgrund, zoomen ein bisschen raus und in dem Moment runter zu laufen, sodass du auf dem Lastroiden landest. Hier knapper geht es fast nicht. Dann erholen wir uns kurz ein bisschen auf den Weg zur Willenskraft plus 4, den uns Datacod Nummer 79 verleiht. Und hier oben angekommen, wollen wir noch rechtzeitig abspringen. Eigentlich eine super witzige Idee, dieser Datacod, der hier bei minus 2412, 2953 liegt. Und ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Guide. Danke fürs Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020